Und da sind wir wieder in Halo. Folge 3. Yay. Und ja, wir müssen die dritte, ich glaube dritte Rettungskapsel hier suchen. Wir haben gerade eben die ersten zwei hier gefunden. Und es ist mega gut gelaufen. Wir sind natürlich nicht gestorben. Nein. Noch mehr, hier drüben. Wir sind Profis, wir sterben nicht. Da ist ein Gegnersschiff. Zwei. Wir sind hier. Mir entkommst du nicht. Roger. Richtig so. Er hat es gesagt. Richtig so. Waren wir hier nicht schon? Doch, das ist der Hügel von eben. Fuck. Das ist natürlich scheiße. Ja, Kontrollpunkt, Kontrollpunkt. Ist mir scheißegal, was du laberst. Ich will. Hm. Da kamen wir. Da sind noch mehr. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Wir entkommst du nicht. Ich bin dabei. Vielleicht haben sie da drin Schutz gesucht. Sehen wir mal nach. Ne, hier waren wir noch nicht. Party. Am Ziel bleiben. Wir müssen in Bewegung bleiben, wenn der nachgeknallt. Schön geil. Alter, und ich lebe noch, ne? Böse Gegner. Ja, komm, war klar. Hast du nicht viele Überlebenschancen, wenn du in der Mitte stehst. Vielleicht haben sie da drin Schutz gesucht. Sehen wir mal nach. Machen wir mal anders. Guter Schuss. Guter Schuss. Ballern wir schon mal im Voraus ein paar weg. Von den lästigen. So, das ist schon mal ziemlich gut, dass wir die schon weg haben. Jetzt können wir ja reinfahren. Noch mehr hier drüben. Von den... Ich sehe sie. So, dann machen wir mal so. Stell ich die mal hier ab. Was zum... Lass was für die anderen übrig. Guter Schuss. Bevor wir gehen, sollten wir diese Komplexe durchsuchen. Weg. Auch weg. Weg mit euch. Hier drüben. Ein Mark 5. Habe Ewak-Schiff angefordert. Ich warte. Weg mit denen. Hilfe. Vergiss es. Ich bleib nicht hier und lass mich abknallen. Aber, gell, Hilfe. Vergiss es. Aber wie wir der Held hier sind, ne? Müssen wir sie alle fertig machen? Wer kommt mit mir? Hilfe! Hilfe! Das ist ein Scherz. Wir sollten das Gebiet sichern, bevor das Landungsschiff kommt. Ich dachte eben, der hat eine Granate fallen lassen. Da hin! Da hin! Da hin! Hua! Hua! Ah, es war alles geklungen. Perfekter Schuss. Das war's dann. Roger, bin auf dem Weg. Neue Daten aus dem Netz der Allianz. Ich habe Captain Keys gefunden. Er ist auf einem Kreuzer der Truth and Reconciliation. Den habe ich zusammengeschossen, bevor wir von der Autumn runter sind. Die Truth and Reconciliation ist auf einem Wüstenplateau etwa 300 Kilometer von hier gelandet. Wir müssen aber was Heroisches machen. Denn unsere guten Freunde hier haben uns geholfen und Leuten, die uns helfen, da müssen wir auch einen schönen Abschied machen. Macht's gut, Freunde! Ihr wart Hammer! Da ist unser Taxi. Rein da und weg hier. Willkommen an Bord, Master Chief. Bereit für Abtransport. Gerne. Ich habe ihr auch gut geholfen. Ne? Ich hoffe, keiner hat hier ein Wände, dass ich ein sehr guter Helfer bin. Der seine Freunde sehr, sehr arg schätzt. Ne? Auf geht's, Lieutenant. Und dann brauchen wir Ihre Hilfe bei einem Rettungseinsatz. Deswegen hat er noch keine Nelke fressen. Hihi. Der Feind hat Captain Keyes gefangen genommen und hält ihn auf einem seiner Kreuze, der Truth and Reconciliation, fest. Das Schiff befindet sich zur Zeit in ca. 300 Meter Höhe auf der anderen Seite dieses Plateaus. Und wie sollen wir in das Schiff reinkommen, wenn es in der Luft ist? In der Waffenkammer habe ich ein Gewehr bekommen und keine Flügel. Es gibt einen Gravitationslift, mit dem Truppen und Nachschub transportiert werden. Der ist unsere Eintrittskarte. Sobald wir im Schiff sind, müsste ich das Signal der Neuralimplantate von Captain Keyes orten können. Temple Marines, los, los, los! Das Korb bezahlt uns nicht nach Zeit! Steigen Sie auf den Hügel dort rechts. Dort können wir die Stellung der Allianz ausspähen, ohne entdeckt zu werden. Ich habe in der Nähe des nächsten Passes Geschütze der Allianz entdeckt. Schlage vor, dass Sie mit dem Scharfschützengewehr die Schützen dort ausschalten, während ich Marines anfordere. Bereit machen! Sie werden vorrücken und uns unterstützen, Sergeant. Der Master Chief wird aus der Entfernung möglichst viele von denen ausschalten. Nicht schießen, bevor der Feind unser Feuer erwidert. Dadurch haben wir das Überraschungsmoment. Okay, dann schalten wir mal ein paar aus von denen, ne? Auf rumzulaufen. Der muss auf jeden Fall weg. Mann, ich hasse diese Schildtypen. Ich hasse sie einfach über alles. Gehen wir! Rette dich, Willkanz! Bis die Granate hängt. Nichts anderes verdient. So, das Geschütz hier muss noch weg. Ich würde sagen, hier so gedeckte Missionen hier, ne? Nicht so mein Ding. Aua! Das ist eine Kack-Waffe, Heidi. Mach sie fertig! Und weg. Achtung! Einer rennt zum Geschütz. Erledigen Sie ihn. Und los! Siehste, die Waffe bringt nix. Lass das! Guter Schuss! Kämp' ich lieber mit dem Sniper im Nahkampf. Kapiert? Los geht's! Ich bin dabei! Der ist hinüber! Wo ist er? Lass mir ein paar übrig! Da drüben! Oh, Freunde! Geh, weg hier, weg hier! Bringen wir es hinter uns! Ich weiß nicht, ob ihr die Nate gesehen habt, aber ich hab sie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass diese Dinger fliegen! Wir haben es denen gezeigt! Hey, wir haben es geschafft! Wir sind direkt hinter ihnen, Chief! Yay, ihr seid voll die Besten! Halt! Bewegungsverfolgungssystem zeigt Aktivität hinter der nächsten Biegung. Wir sind bereit zum Vorrücken, sobald sie uns anfordern, Cortana! Noooood! Guter Schuss! Was zum... Hey! Oh, ja! Weg mit dem! Nein, weg hier! Iiii, Iiii, Iiii! Sicherheitshalber haben wir mal drauf... drauf hier! Ich... komme mit! Aua! Ich treffe halt echt null, ne? Guter Schuss! Ich bring mich um! Und los! Ich hatte Dinge! Sperrfeuer! Verdammt! Alter! Geht ab! Ihr Sch... Mann, mir raten! Wir füllen sie nicht auf! Was ist das? Ich liebe diesen Nadeln! Ich hatte es erwischt! Papp! Richtig so! Einfach mal... Einfach mal Papp, weißt du? Das sind einfach zu viele! Mir entkommst du nicht! Los geht's! Da ist noch einer! Halt ab! Ich sehe sie! Nicht viel weg hier! Ist das alles, was du drauf hast? Ja! Alles! Hey! Das war meiner! Oh! Allianz-Schwein! Nett! Guter Schuss! Sieht ihn irgendjemand? So, neuen Muni aufgehoben... Ich behalte die Nadeln! Nein, gar nichts! Das war megageil! Wenn du so mehrere Hits machst, beziehungsweise mehr Hits, so 5, 6, dann sprengst die Gegner aufs Übelste! Muss man halt treffen, wa? Ist halt langsam! Aber trotzdem mega nice! Komm, Freunde! Alles klar! Truppen der Allianz voraus! Über den linken Pfad müssten wir sie unbemerkt umstellen können! Weg! Sniper Niko ist wieder am Start! Wir bleiben zurück, während Sie in Stellung gehen, Chief! Der ist weg! Kommt nix dahin! Okay! Sniper Niko ist wieder am Start! Cortana anfeuerteam Charlie! Rücken Sie links vor! Sie müssten den Feind umgehen können! Roger! Sperrfeuer! Ah! Das ist Turben weg! Das brennt! Du bist... Ah! Oh! Ist auch weg! Ich hab's erwischt! Dann zeig mal, was du kannst! Dann zeig mal, was du kannst! Solche Probleme mit diesen Schildviechern, ey! Das ist krass! Alarm! Landungsschiffe der Allianz im Anflug! Ja, mach halt mal! Ist mir scheißegal, was da ankommt! Ich... Zerbombt die Kacke! Da hinten... Da... Da... Kommt da! Was zum... Äh... Weniger gut! Viel Spaß damit! Und... Und... Uh! Cortana an Echo 419! Vordere Verstärkung für unsere Position an! Roger, Cortana! Echo 419 im Anflug! Mach uns aber mal wieder leicht! Du gehst weg! Was ist hier runter? Das ist hier zu viel Damage! Was ist hier das? Bam! Bam! Zweimal hat sie ihn weggehauen! Zweimal! So wollen wir das! Was gibt's umsonst? Oh! Aktive Tarnung! Ich bin jetzt unsichtbar! Gute Arbeit! Nice! Wusste ich gar nicht, dass es das gibt! Also... Hier! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Sperrfeuer! Hä? Das hat sie bei... Mich hat's erwischt! Ich geh weg! Oh, ich... Oh, das brennt! Einere Granate, die muss schneller explodieren! Sperrf! So, der ist weg! Keine Überlebensstraße! Kontakt! Feind gesichtet! Verdammt! Diese Geschütze werden uns in Stücke schießen! Gar nicht geil! Suchen wir sie! Wer kommt mit mir? Hier ist nichts! Guter Schuss! Wunderbar! Hm... Mich hat Schmutter! Geschütze! Und da links war noch eins! Oh Mist! Ja! Komm, komm! Und da oben auch! So soll das laufen! Die kommen nicht wieder! Oh ja! Oh ja! Ungut! Alarm! Landungsschiffe der Allianz im Anflug! Mann! Immer kommt was dazwischen! Und los! Gefällt mir jetzt irgendwie nicht so hart, dass sie direkt neben mir... Lass nur mal über! ...gespawnt werden! Verzeihung! Gefällt dir das? Aua! Alter! Damage! Ich hole sie mir! Los! Da Marke! Hier! Button Smashing for the win! Gefällt dir das? Was auf! Gleich Kraft! Sie haben also hier so Streu schießen, ne? Hallo, schieß hoch! Kackwaffe! Lass was für die anderen übrig! Vorsicht! Dann müssen wir wieder live regenerieren! Oh! 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 Und los! Ich hätte jetzt noch zensieren müssen, weil der Schlampe gesagt hat! Oh! 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 Halt der Schuss! Werdet alle sterben! Ja, er fhaut genau alle hier meinen... Der hält halt erst kalt durch, ne? Trulium! Romeo! Trulium, ja- Das ist mein Lieblingsgegner. Die feuer ich am meisten. Jeder Schuss zählt. Das ist mein Lieblingsgegner. So, und bevor wir da reingehen, würde ich sagen... Ach, geh mal rein. Kommt, Freunde. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Geht Spaß. Gönnen wir uns jetzt einfach mal Dick und Dick in die Schwanz. Wir sind drin. Ich erfasse den TNI-Transponder des Käpt'ns. Bisher keine Verteidiger. Okay. Hört sich gut an. Was? Keine Allianztruppen? Sind die etwa alle Picknicken gegangen? Hier kommen übrigens Unsichtbare. Fack, 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 fack. Guter Schuss. Mist. Mein Mann verloren. Das ist megaschwer. Jede Menge Kontakte. Im Legendary habe ich hier so mega lang gebraucht. Und los. Gut, die ist weg. Das hat sie beeindruckt. Wieder Unsichtbare. Was zum... Was wird da übrig? Alle Mann, du kennst! Ich gucke auf die Karte, um zu wissen, woher die kommen. Da ist ein Unsichtbare. Ne, fack, wo? Sperrfeuer! Jetzt hält mich nichts auf. Siehst du ihn? Da, jetzt kommt er. Klar. Was zum... Immer noch nicht. Merkwürdig. Und los. Komm her. Knüppel ich mit Sniper nieder. Gut so. Ausgez... Ich muss die dauernd die falsche Waffe. Ich habe ihn zuerst gesehen. Ja. Ja. Gut. Okay. Cool Story, Bro. Da ist er. Ja, wir haben ihn erwischt. Wunderbar. So soll's sein. Darf der beide Kontakte? Wie fühlt man sich so? Ja, man! Ja, komm. Komm rein. Trau dich. Was? Mal nachladen. Geil. Abgemuckst. Ich hatte den da. Ich kann's gar nicht mehr abwarten. Was kannst du nicht abwarten? Sperrfeuer! Und weg. Die kommen nicht wieder. Mann, seht ihr scheiße aus. Was? Merkwürdig. So wenig... Stark... Oh. Was zum... Gib mir Feuerschutz! Komm schon! Ich will meine Freunde noch haben! Ist das alles, was du drauf hast? Und los! Na, da hab ich ihn gegeben, ey! Probier mal! Mit... Gemütlichkeit. Mit... Ohne Sorgen. Und... Er ist noch warm. Bereich gesichert, Sir. Wir sollten machen, dass wir weiterkommen. Wie wär's mit dieser Tür? Wunderbar! Geht die nur hier lang. Da ist halt nix. Will ich gleich mal klarstellen. Da drüben! Ich hasse diese Gegner. Ich hasse diese Schildviecher. So... Rette sich, wer kann! Ich seh, Alter! Ich seh, Alter! Ich seh, Zwei! Aua! Weg mit den Kleinen hier! Aber kann ich auch wegwerfen? Na, komm! Gib mir die Waffe! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Alter, hat der mir gegeben. Aua. Dort sind noch welche. Warten Sie. Dort unten ist die verschlossene Tür. Die Marines warten auf der anderen Seite. Irgendwo in diesem Raum muss die Türsteuerung sein. Habe ich dich erschreckt? Oh, keine Muni mehr. Das ist ungeil. Na, na, na. Ah, perfekt. Schlechtes Spiel von dem. Habe ich aber weggeballert, wa? Komm schon. Geh drauf. Keiner mag dich. Gut, dann gehen wir halt mal rein. Ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, dass es von hinten auch angegriffen wurde. Ich befasse mich lieber nie lange mit dem. Weil die einfach auf den Sack gehen. Fressen die Muni einfach. Was? What the fuck? Gut, die, alter. Immer schön Waffe wechseln. Mega wichtig. Oh, juckt. Kleinen Moment. So, jetzt. Ja, sowas gibt es. Sowas passiert wirklich. Kann nix, der Junge. So, dann befreien wir unsere Kumpel. Und bevor wir sie befreien, musste ich leider sagen. Tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Aua. Ja, gut, dann. Klein wenig. Na, komm. So, dann werden schon mal alle meine Freunde sterben. Lauf! weg mit dem was ist das dem was für die anderen übrig davon gibt es noch mehr ja gut haben wir es ja fertig gemacht so will ich das haben immer mehr gegner als hier wollen einfach nicht dass die folge hier zu ende ist und nicht sagen wir sehen richtig alles klasse ok ruhe bewahren schreien sie wenn sie etwas sehen gut dann würde ich sagen jetzt haben wir nicht ruhe bis zum nächsten mal